Hallo, ich bin Oemi und wir testen jetzt, wie lange man mit dem Auto vom Essener Hauptbahnhof an die Uni in Essen braucht. Ich bin Matthias, ich fahre heute mit dem Fahrrad vom Hauptbahnhof zur Uni. Ich bin Lara und ich gucke, wie lange man vom Hauptbahnhof zur Mensa mit den Elfis braucht. Ich bin Philipp und ich gehe jetzt mal vom Hauptbahnhof bis zur Uni-Mensa. Los geht's. Autofahren am Bahnhof ist schon einfach zu fastkräftig. Da kommt doch schon meine Bahn. Ich hole mir nochmal kurz einen Kaffee. Ich schätze mal kurz an. Ich lärme mich. Ich lehze mich. Ich lärme mich auf. Oh! Musik Triumphaler Sieg, würde ich sagen. Oh, 11 Minuten 18 Sekunden. Ich habe 12.31 gebraucht, das kommt mir ganz schön lang vor. Philipp, wolltest du nicht zur Uni? Ich habe hier unterwegs so einen netten Buchladen gefunden und das schöne am Zu-Fuß-Gehen ist ja auch, dass man manchmal unterwegs noch was Nettes, Neues entdeckt. Ich bleibe noch ein bisschen.